Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und ich glaube zu meinem allerersten Live-Update. Ich weiß, viele von euch haben schon auf dieses Live-Update gewartet. Ich habe schon ganz viele Nachrichten mit Fragen bekommen, was denn nun los ist und die Leute machen sich Sorgen. Und die Leute haben natürlich auch Vermutungen und es sind auch einige Abos in der letzten Zeit dazugekommen. All die Neen, die sie jetzt hier sind, um großartige Neuigkeiten zu erfahren, um irgendwie Material zu erfahren, mit dem sie dann hausieren können, mit dem sie dann weiter tratschen können. Den Leuten muss ich sagen, das tut mir leid, sowas gibt es hier auf diesem Kanal nicht. Also da könnt ihr gleich wieder auf de-abonnieren klicken. Ich werde euch ganz kurz und knapp sagen, was sich in meinem Leben verändert hat, was jetzt Phase ist, weil das möchte ich für mich. Also einfach auch, damit ich so ein bisschen freier widersprechen kann. Ihr werdet auch zwangsläufig sehen, dass sich Dinge einfach verändert haben. Aber ich werde nur das Mindestmaß an Informationen rausgeben. Ihr wisst, das ist schon immer hier auf meinem Kanal so, dass ich die Privatsphäre schon so ein bisschen schätze. Ich gebe schon viel von meinem Leben preis, aber irgendwo gibt es natürlich auch eine Grenze. Langer Rede, kurzer Sinn. Also Manu und ich sind nicht mehr zusammen. Jetzt seit mittlerweile, ich glaube, fünf Wochen sind es jetzt. Heute ist Montag. Am Samstag sind wir mit den Kindern hier in die neue Wohnung gezogen. Samstag den großen Umzug gefahren. Und damit ist eigentlich schon so das Gröbste gesagt. Wir sind nicht mehr zusammen. Die Kinder und ich, wir sind ausgezogen. Wir haben jetzt unsere eigenen vier Wände. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum ich a, nicht so gut drauf war, warum ich am Ende meiner Kräfte war, warum hier auch nicht so viel los war. Weil ich diese letzten Wochen damit verbracht habe, auf Wohnungsbesichtigung zu gehen. Diese Wohnung, für die ich mich dann entschieden habe, zu renovieren. A, weil ich dann weniger Miete bezahlen muss. Und B, weil ich es natürlich auch irgendwie wohnlich machen wollte. Weil, ja, da ich jetzt ein Eigenheim für mich und meine Kinder schaffen wollte, dass sie sich da möglichst auch wohl drin fühlen. Genau, ich habe hier also renoviert. Ich habe neue Möbel gekauft. 10.000, gefühlt 10.000 Anträge ausgeführt. Du hast einen Antrag abgegeben, hast den nächsten wieder mit nach Hause genommen. Und habe parallel natürlich auch noch irgendwie versucht, so ein bisschen zu arbeiten. Und ich weiß, dass ich selbst noch nicht die Zeit für mich gefunden hatte, das für mich richtig zu reflektieren, richtig zu verarbeiten, richtig zu überdenken auch. Ähm, ich glaube, da wird es irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten dann wahrscheinlich mal so einen lauten Knall geben. Und, ähm, so weit bin ich aber noch nicht. So frei ist mein Kopf auch gerade einfach noch nicht. Weil es noch so viel zu erledigen gibt. So viel, an was ich denken muss. Ständig jeden Tag ist irgendwie wieder was Neues. Und, ähm, das ist natürlich sehr, sehr belastend. Das geht natürlich sehr auf die Kraft. Ich komme wirklich, 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 wirklich jetzt auch an meine Grenzen. Und immer möchte man natürlich, ähm, für die Kinder auch so eine, so eine Stärke vermitteln, ne. Man möchte auch sich für sich einstehen. Man möchte für die Kinder auch da sein. Man möchte da nicht irgendwie immer schlecht gelaunt irgendwie in der Ecke hängen. Und das habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr gut hinbekommen. Nichtsdestotrotz zählt natürlich auch, ne. Die Kinder dürfen auch wissen, wenn man traurig ist. Oder auch, wenn man wütend ist, weil die erfahren müssen, dass solche Gefühle auch gefühlt werden dürfen. Dass die da sein dürfen. Dass das völlig in Ordnung und völlig normal ist. Ähm, genau. So über die Hintergründe der Trennung möchte ich auch gar nichts weiter sagen. Das kennt ihr so von mir. Das wisst ihr so von mir. Und ich weiß auch, und das schätze ich ja so an euch, dass das auch völlig in Ordnung so für euch ist. Ähm, ein bisschen was werde ich aber trotzdem noch erzählen. Also es wird auf jeden Fall eine Wohnungstour geben. Aber im Moment sind wir halt einfach noch nicht so weit. Also mir fehlt noch eine Gardinenstange an der Decke. Dementsprechend auch die Gardinen. Es ist noch ganz viel anzuschrauben, anzubringen. Und erst wenn das wirklich so weit ist, dass ich sage, ja, jetzt ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann drehe ich für euch auf jeden Fall eine Wohnungstour. Weil hier sitzt der Teufel wirklich im Detail. Also ich habe mir bei jedem Wandtattoo, bei jedem Print, ich habe mir bei allem irgendwie was gedacht. Das hat schon so ein Konzept. Die Print sind auch wirklich sehr, sehr persönlich. Also die drücken auch was aus. Die drücken die Philosophie von meiner kleinen, nun etwas kleiner gewordenen Familie auch irgendwo aus. Und das liegt mir auch sehr am Herzen. Also diese Wohnungstour wird auch wirklich sehr, sehr persönlich. Wie gesagt, ich werde euch so ein paar Prints und Wandtattoos zeigen, die ich halt so angebracht habe. Dann seht ihr schon eins. Die vermitteln auch eine gewisse Message. Die vermitteln auch eine Message, die ich den Kindern beibringe, aber die auch so nach außen zeigen sollen. Hey, das sind wir, so leben wir. Aktuell ist es für mich in der Wohnung hier noch nicht so einfach, muss ich sagen, weil es ist noch nicht mein Zuhause. Logischerweise. Es ist noch irgendwie so ein bisschen fremd. Man muss sich noch an alles gewöhnen. Dann ist auch noch nicht alles da an seinem Platz. Es gibt halt auch überall diese Mist-Ecken, wo überall noch Zeug rumliegt, was noch verschraubt werden muss. Wo noch Dinge angebracht werden müssen. Überall steht auch noch mal ein Karton, deren Inhalt irgendwie noch nicht so einen Platz gefunden hat. Es gibt noch Kabelsalate. Und ich glaube erst, wenn das so alles erledigt ist, wenn erstmal alles an Ort und Stelle ist, wir dann ein paar Wochen hier wohnen und das Ganze dann halt auch so mit Leben erfüllt wird, mit Lebensfreude vor allen Dingen auch erfüllt wird, wird es dann glaube ich auch zu diesem Punkt kommen, wo wir das auch unser neues Zuhause nennen können. Also im Moment reden wir noch nicht von unserem Zuhause, sondern von der neuen Wohnung. Also Vince fragt halt auch nicht, können wir wieder nach Hause zurück, sondern können wir in die neue Wohnung jetzt wieder zurückfahren. Das wird sich alles so in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich dann so langsam einstellen. Es kommt halt viele belastende Gefühle jetzt auch so bei mir natürlich. Da kommt zum einen Einsamkeit, Traurigkeit, was da halt so alles natürlich mit sich kommt. Was ich auch verstärkt bei den Kindern merke, obwohl ich so merke, diese zwei Tage, die wir jetzt hier schon in der Wohnung verbracht haben, waren sie wesentlich entspannter und gechillter als die letzten Wochen zu Hause. Weil es natürlich da ein größeres Konfliktpotenzial noch gab, was natürlich von den Kindern so weit wie möglich ferngehalten werden wird. Aber man hat ja trotzdem so eine gewisse Schwingung da irgendwie und das merken die Kinder verstärkt. Vor allen Dingen noch so kleine Kinder wie Svea, die halt noch nicht so über die Sprache kommunizieren, sondern halt diese Schwingungen verstärkt wahrnehmen und dann eher über ihre Verhaltensweise kommunizieren als über ihre Sprache. Also die erste Nacht haben wir auch alle gemeinsam in meinem Bett verbracht. Das war auch sehr schön, weil die Kinder halt nicht so richtig einschlafen konnten. Die waren viel zu aufgekratzt. Und jetzt die zweite Nacht hat aber wirklich eins angeklappt. Die Kinder sind innerhalb von fünf Minuten eingeschlafen. Genau, man hat halt immer so zwei parallele Seiten. Man freut sich irgendwo auf diese neue Zukunft hier in der Wohnung, zu dritt. Natürlich gibt es da Ängste, Sorgen. Also auch natürlich finanzieller Art. Also was ich die letzten Wochen so auch erlebt habe, ist halt schon krass. Und das nimmt halt auch viel Raum im Kopf einfach auch ein. Und ja, ich setze immer wieder in Gedanken an, euch irgendwas zu erzählen. Dann denke ich mir so, nee, erzähl es lieber nicht. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil ich weiß, dass das jetzt gerade auch viele meiner Freunde auf jeden Fall in meiner Familie sehen werden. Und ich möchte dieses Format jetzt gerne auch nochmal nutzen. Ich habe es vielen auch schon so gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal tun. Ich war so überrascht, überwältigt. Ich bin so dankbar und voller Liebe für die Menschen, die mir in den letzten Wochen beigestanden haben. Es ist einfach so überwältigend und kaum in Worte zu fassen. Jeder Einzelne war für mich da, egal, ob das jetzt einfach so eine Unterstützung war, um mich aufrechtzuerhalten, um dafür zu sorgen, dass ich stark bleibe, dass ich für mich einstehe. Sei es, mein Internet einzurichten, weil ich ja da so ein absoluter Noob bin. Sei es, die ganze Verkabelung hier. Sei es, mit mir Küchenschränke aufzubauen. Sei es, überhaupt Möbel zu schleppen, Kisten zu schleppen, Kisten auszuräumen. Und hier halt ein Heim daraus auch zu machen, aber wie gesagt, auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen einfach auch für mich da zu sein. Also ich war überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft und die ist jeden Tag da. Also jeden Tag sind hier Leute, die mir wieder irgendwo ein Stückchen weiterhelfen. Sei es jetzt, weil ich weiß, da kann ich hin und kann mit denen meine Sorgen besprechen. Oder sei es, dass sie wirklich hier vor Ort sind und hier halt irgendwas tun, dass es hier halt weitergeht. Und ich werde jeden Tag auch wieder überrascht mit Kleinigkeiten. Ich habe so viele tolle Geschenke hier bekommen, Einweihungsgeschenke oder wie man das nennen kann. Und wir haben so viele Pläne auch jetzt schon geschmiedet und es ist einfach so, 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 so schön. Ja, also wie tatkräftig meine Familie hier halt auch am Malern war. Also ich habe halt quasi diese Wohnung renoviert und zeitgleich ja irgendwie auch gearbeitet und die Kinder betreut. Und ohne meine Familie wären diese Räume jetzt nicht so fantastisch anzusehen, wie sie jetzt sind. Und auch meine Freunde. Also man hat natürlich, wenn man eine Beziehung beendet, ist das natürlich schwierig. Man hat ja irgendwo so einen gemeinsamen Freundeskreis. Man hat so die einzelnen Freunde, wo man sagt, okay, das sind meine und das sind deine. Aber der Großteil ist halt schon so ein gemeinsamer Freundeskreis. Und man möchte natürlich von niemandem, dass er sich für eine Seite entscheiden muss. Und ich habe keinen einzigen Freund auf diesem Weg jetzt eingebüßt, sondern diese Freundschaften sind nur noch viel stärker geworden, viel herzlicher. Unsere Verbindung zueinander ist viel, 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 viel stärker geworden, weil ich so eine krasse Unterstützung erfahren habe, so viel Liebe erfahren habe. Das ist einfach unglaublich überwältigend. Und selbst Leute, wo ich gesagt hätte, okay, das würde ich jetzt sagen, sind eher Manusfreunde. Nein, die gehen trotzdem hier ein und aus. Die helfen mir, wenn ich irgendein Problem hier in der Wohnung habe. Die haben meinen Balkon mit der ersten Zigarette eingeweiht oder so, ne? Oder meinen Bierflaschenöffner mit dem ersten Bierdeckel eingeweiht oder so. Und das bedeutet, diese Kleinigkeiten bedeuten mir so, so viel, dass halt auch Menschen, die ich wirklich erst in dieser Beziehung kennengelernt habe, jetzt so krass für mich da sind und die wirklich kommen und mir helfen und mir Dinge schenken. Und das ist einfach so krass. Und wie gesagt, kaum eigentlich in Worte zu fassen. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, 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 vielen Dank für all eure Hilfe und Unterstützung. Egal in welcher Form, dass ihr einfach da seid. Einfach diese Tatsache, dass ihr da seid und was ihr alles für mich getan habt und was ihr alles noch für mich tun werdet, das ist einfach unbegreiflich für mich. Und ich bin so dankbar und wie gesagt voller Liebe dafür. Und das ist auch etwas, was mir sehr geholfen hat natürlich in dieser Zeit, jetzt in den letzten Wochen. Ich weiß, es kommen noch sehr, sehr viele harte Sachen auf mich zu in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Ich habe mir sagen lassen, das erste Jahr ist das schlimmste Jahr. Und ja, es wird mir sicherlich an einigen Tagen nicht so gut gehen. Aber ich weiß, da steht halt so eine riesige Masse von Menschen hinter mir. Also es sind halt nicht nur zwei, drei. Nein, es sind so, 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 so viele Menschen hinter mir. Und das gibt einem so viel Kraft und so viel Aufschwung. Und es lässt einen gerade stehen und es lässt einen stark sein. Es lässt dich für dich einstehen. Das macht mich halt so unglaublich glücklich. Und das macht diese Situation auch irgendwie dadurch ein bisschen erträglicher. Ja, wie es hier jetzt genau weitergeht, kann ich ehrlich gesagt noch nicht so genau sagen. Also es wird, wie gesagt, auf jeden Fall eine Wohnungstour geben, wenn ich dann irgendwie mal so weit bin. Wenn ich mich danach fühle, werde ich auch wieder vloggen. Jetzt kann ich auch wieder so ein bisschen freier vloggen. Videohintergründe werde ich wahrscheinlich mal so verschiedener ausprobieren. Mal gucken, was mir dann so gefällt, wie es thematisch weitergeht. Es wird immer noch auf jeden Fall darum gehen, wie du dir deinen Mama-Alltag leichter machen kannst. Ich werde mal schauen, was so die nächsten Themen sein werden. Ich habe viele tolle Bücher gelesen in den letzten Wochen, kann ich euch auch auf jeden Fall sagen. Da wird es dann ein paar tolle Sachen auf dem Buchkanal auf jeden Fall geben. Ich muss mich erst so ein bisschen finden. Also ich muss das jetzt hier erst in meinem Alltag, in meinem Real Life so ein bisschen noch alles klar kriegen, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist wirklich, die wichtigsten Sachen sind jetzt geregelt. Ich habe jetzt wieder einen Alltag, aber einen Alltag habe ich einfach immer noch nicht. Weil es gibt immer noch wieder Sachen, die ich hier in der Wohnung machen muss. Immer noch Termine, die ich irgendwie, wo ich hingehen muss, was ich einhalten muss. Und parallel halt wirklich noch der Haushalt, die Kinder, die Arbeit. Das ist gerade noch schwer für mich, alles unter einen Hut zu kriegen. Wenn ich dann damit soweit bin, werde ich es merken, weil dann hier wesentlich mehr los sein wird. Es wird immer wieder trotzdem jetzt ein Video geben. Ich kann aber nicht sagen, wie regelmäßig das jetzt sein wird, wann das sein wird. Und ja, dafür habt ihr ja den Kanal abonniert, dass ihr das immer erfahrt. Folgt mir da auch gerne auf Instagram, da sage ich das immer Bescheid. Instagram ist sowieso eine schöne Sache, weil ich da schon versuche, täglich in den Storys wenigstens so ein bisschen was zu zeigen. Jetzt kann ich das auch wieder ein bisschen freier machen, da jetzt, da ihr wisst, was los ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt ist es erstmal erzählt. Danke auf jeden Fall für eure Unterstützung, für eure vielen Nachrichten, die mich erreicht haben. Und ich werde dieses Video jetzt an dieser Stelle beenden. Ich werde mich sofort an meinen PC setzen. Das wird übrigens auch noch interessant, wenn ich euch dann meinen Arbeitsbereich zeige. Das war hier so ein bisschen schwierig unterzubringen. Ich werde mich jetzt also an den PC setzen, werde das Video schneiden und dann auch gleich für euch hochladen. Weil ich weiß, dass viele, viele von euch auf dieses Video warten. Und bin gespannt, wie sich jetzt die Abonnentenzahl verändern wird. Gut, ich wünsche euch allen das Beste. Ich wünsche euch so fabelhafte Freunde, so eine fabelhafte Familie, wie ich sie haben will. Und wir sehen uns irgendwann demnächst wieder.